Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute reagieren wir auf die besten Footies-Packs von deutschen FIFA-YouTubern. Ich glaube, das ist mittlerweile Part 5, weil Footies-Team 5 rausgekommen ist. Und wenn ihr Part 6 sehen wollt, dann lasst ein Like da. Wenn wir wieder die 1000 Likes geschafft haben, dann kommt der nächste Part online. Und ihr müsst natürlich abonnieren, um das Video nicht zu verpassen. Das ist klar, wir gehen rein ins Video, Digga, ohne viel rumlabern. Mal gucken, wer der Pack-Luck-King diese Woche ist. Ich vergebe ja immer den Titel am Ende der Videos. Deswegen bleibt dran und wir gehen rein. Es kann so knallen. Es gibt, glaube ich, vier 99er-Karten mit den ganzen Karten, die gerade dazugekommen sind, die man jetzt ziehen kann. Blanc 97! Blanc 97, Freunde! Wo? 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 Wo hab ich kein Pack-Luck, Junge? Blanc 97 im zweiten Pack. Was ist hier los? Boom, Junge! Zweites Pack, Footies-Icon Blanc. Preisvergleich! Costa-Quanta! Eine Million! Da ist der erste eine Mio-Pack! Und wisst ihr, was das Krasse wieder war? Es war gerade Punkt 19 Uhr. Erstes Pack, war okay. Zweites Pack, direkt ein Spieler, der eine Mio-Wert ist. Da seht ihr, ich ziehe gar nicht so viele Packs, wie ihr denkt. Und ich hab trotzdem Pack-Luck. Das ist das Krasse bei mir. Ich ziehe gar nicht viele Packs und ziehe direkt einen Blanc. Und Blanc ist top. Plus-Spieler. Und wo einer ist, da sind noch viel mehr. Da sind noch viel mehr, die ich hier heute ziehen werde. Und davor hat jemand gesagt, Wax, du wirst heute keinen Pack-Luck haben. Achtet mal, was ich alles gezogen habe. Ich glaube, in diesem Video werden noch mehr Clips von mir drin sein, weil ich unfassbar krasse Sachen gezogen habe. Ich gehe mal kurz am Handy so ein bisschen gucken, was die SBCs gekommen sind. Hört ganz genau zu. Ich bin am Handy. Erzähl. Ich schließe eine SBC ab. Rede. Und dann habe ich jemand Süßes gezogen. Wen? Und das Krasse ist... Erzähl. Ich wusste nicht, welcher Account das war. Laber nicht. Wer ist es? Wer ist es? Warte mal, hat er 2000 Subs oder Abos? Also hat er 2000 Abonnenten oder Subs auf Twitch? Wer ist das überhaupt? Sag mal seinen Namen. The GOAT. Der beste Spieler aller Zeiten. Hey! Alon Dors. Hier, der oder der. WM. Zwei Copa America. 91 Stuhl Kalenderjahr. Sechsmal goldener Schuh. Was willst du mehr? Okay, sein gegönnt. Sein gegönnt. Er ist Messi-Fan. Lass ihn. Lass ihn in Ruhe. Als nächstes. Wieso sehe ich da so traurig aus, Junge? Sag mal, bist du fröhlicher? Du bist da vor Block im zweiten Pack gezogen. Come on. Ja, Aiken. Jetzt. Keine Footies, Aiken. Interessant. Also kein 99er Beckham. Aber Puyol mit Johann Kreuf. Johann Kreuf. Ich hab Kreuf gezogen. Ich hab Kreuf gezogen. Ich hab Kreuf gezogen. Und ihr wisst alle, was das heißt. Drei. Zwei. Eins. Null. Wisst ihr, was ich am geilsten finde? Wisst ihr, was ich am geilsten finde? Eins. Null. Guck mal, wie Konfettis, weil ich die so nah an die Wand geknallt hab, an der Wand kleben. Die haben einfach den ganzen Tag da dran geklebt. Hier. Genau da haben diese Konfettis noch dran geklebt. Die ganze Zeit. Auch hier oben auf meinem Trikot. Selbst diese Dings ist kaputt gegangen. Ich hab so doll hier gegen geschossen, dass es kaputt gegangen ist. Achtet mal drauf. Einfach kaputt gegangen. Vorher ging das alles noch. Bamm. Ich hab's einfach kaputt gemacht. Mein LED-Ding hab ich kaputt gemacht mit dem Schuss. Ich hab Johann Kreuf gezogen. Aber ich hab sie wieder repariert. Oh mein Gott. Ich hab sie wieder repariert danach. Was passiert hier schon wieder in diesem Stream? Johann Kreuf. 98 Grates of the Game. Boom, Junge. Pecklark. Was ist los? Come on. Johann Kreuf ist krass. Bis jetzt der beste Spieler aus dem Video. Ich glaub, ich weiß gar nicht, wie viel Messi 99 wert ist. Vielleicht Messi 99. Okay, Messi 99 kostet 2 Millionen. Und Johann Kreuf kostet auch knapp 2 Millionen. Was ist das? German Centimeter. Ich bin so baft. Was ist das? Es ist Klaiber. Kessler. Oh, der Bräume. KDB. 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 450 K. KDB. Let's go. KDB. What a 0.598 rated. Yes. Yes, yes. KC wieder mit irgendeinem Random Pack. KDB. 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 Ja, also ich bin immer noch auf Platz 1 gerade. Gefällt mir. Aber KC ist so random, Bro. Ich bin auf die Reaction gespannt. Bäm. Und dann hat er wieder zugeschlagen. Der Peddler Meister. See it in the... See it on. 1.3 million. Ich mag KC, Digga. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Sei gegönnt, dass sie das... Boah, stark, Bro. Der ist stark, Bro. Oh mein Gott. Der ist sehr stark, Bro. 1,4 million. Starker Pull, Bro. Mit Messi und Drogba momentan der Mann auf die 1. Er hat mich überholt. Real Talk. Also das muss ich ihm geben. Das strong. Oh Gott, D-Drogba. 85 plus Pick. Und ich sag gerade... 1,2 million. Unerfährt. Digga, ich sage gerade, man zieht nicht. Jetzt auf den Saft. Freunde, was soll ich euch sagen? Wenn es normal nicht klappt, dann hoffentlich mit einem 1-1-Pick. Wir gehen rein. Und oh. Yes. 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 98 rated Kavajal. Aus dem 1-1-Pick. Was auch sonst. Was auch sonst, Chat. Was auch sonst. Geisteskrank. Geisteskrank. Endlich haben wir etwas Packlack aus diesen 94 plus Picks ausgepackt. Aus dem 4. Wir mussten 4 Stück ziehen. Der kostet... Der kostet... Wie viel nochmal? Ich habe gerade vergessen. Kann ich euch mal zeigen, was der Wert ist? Preisvergleich. Ich habe es gerade vergessen. Ich habe es gerade vergessen. Weil EA weiß, dass der Mann 1,3 Millionen Coins wert ist. Na gut. 1,2 Millionen. Aber das ist köstlich schmöchtlich. Ihr müsst überlegen. Dieser Kavajal kostet genauso viel wie der Drogba, der eben gezogen wurde. Kavajal ist einfach preislich auf demselben Stand wie der Drogba, der gerade gezogen wurde. Okay. Das Video ist zu Ende. Und wir haben noch ein paar TikToks mitgebracht. Das fühlt ihr nämlich auch immer sehr. Weil auf TikTok kommt auch immer sehr viel Content. Wir sind drin. Wir sind drin. Ben Vancourt. Nein. Nein. Der war, wo ich gestreapt habe, 15 Millionen wert. Beckham ist auf 2 Millionen runter. Nein, der Markt ist am Arsch. Der Markt ist am Arsch. Das ist verrückt, Mann. Das ist ein 40er-Icon. Das ist, warum du sagst Pax. Das ist Hierro als auch, oder? Ey, Mann, wir haben das direkt aus dem Bac. Hierro? Ja, geht klar. Das ist ein Doppelteam in einer Saison. Ich bin nicht egal, wenn es ein Doppelteam in einer Saison ist, Mann. Ich bin nicht... Oh, Gott! Das ist, warum! Sie ist weg, Mann. Aber er spricht von ihnen. Argentinien. Centerback. Kommt, es ist 14.5. Ich kann nicht mehr, all die 99's und Pax. Das Ding ist, ich würde es mehr fühlen, wenn er seine eigenen Pax öffnen würde. Er öffnet ja von Zuschauer-Pax. Das ist auch cool so. Habe ich auch früher oft gemacht. Aber wenn man eigene Pax für sich selbst zieht, ist auch sehr geil. Dann hat man die alle auf seinem eigenen Account. Ja. Oh, Rie, stark, Bro. Aber dafür hat er halt immer die krassesten Pax von den ganzen Zuschauern. Und deswegen zieht er auch die krassesten Sachen. Ey, ich glaube, in FC 25 werde ich auch wieder mehr streamen und dann auch mehr eure Pax wieder aufmachen. Das macht schon Bock. Ich werde zwar auch immer jeden Freitag dann auf meinem Account zum neuen Event streamen und so und auch sehr viel dann auf meinem Account aufmachen, aber ich glaube, mit euch werde ich auch wieder mehr machen. Ich meine, ich verbessere ja schon mal eure Accounts. Aber so im Stream muss ich nochmal wieder mehr so eure Pax und so öffnen. Das bockt schon. Sanchez auf der Front. Wer bin ich noch für? Beckham or Blanc, Kai Achi, Beck. Chebchenko. Ja, FIFA 25 will ich mehr streamen. Okay, nächster. Hat er jetzt echt ein Video geschickt, wie er die SBC macht? Ja, da. Der Andre ein bisschen zu kurz. Ein bisschen zu lang geschnitten. Zidane, Digga. Aber das ist geil. Einfach Ride mitnehmen jetzt. Zidane. Ich denke, du hast Zidane mitgenommen, ne? Ah, guter Pick auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall super, Andre, dass du vor unserem Spiel den noch gezogen hast. Finde ich echt ehrenwert. Was hat er noch gezogen? Aber auch einfach ein Muss, denke ich. Was? NC2 war Zidane. Was ist das denn? Was? Ach, come on. Wie random ist denn das, bitte? Ich will sagen, wir gucken uns dieses Video von ihm an. Er zieht diesen... Ich schwöre, dieses Spiel ist doch geistesgesteuert. Ja, man. Zweimal Zidane ist hart. Geiles Trikot. Langärmlich, sogar wild. Jawohl, Bro. Seien wir gern. Vini ist krass. Wie ist das, mein Freund? Wenn du dieses Video sehen, Bro, ich liebe dich viel. Ich liebe deinen Konten. Du bist gut, Bro. Du bist in den Moment, Bro. Grüezi aus Deutschland, mein Bro. Grüezi aus Hamburg. Vielleicht können wir etwas in der Zukunft recordieren. Vielleicht können wir in der Zukunft streamen. Ich kann Englisch sehr gut sprechen. Ich kann Englisch fluidlich sprechen. Fluidlich. Okay. Tomorrow, ich öffne meinen Englischen Channel. Was? Yeah. Er hat 3 Millionen Coins. 3 Millionen Coins? Yeah, er ist. Die neue. Chat, würdet ihr es random finden, wenn ich auch einmal so einen englischen Channel aufmachen würde? Ich glaube, ich könnte so viele Klicks machen. Es wäre unfassbar, dann noch den englischen CPM mitnehmen. Boah, ich wäre rich. Oh, 99 Sauer! Ich habe Sauer zurück und zurück bekommen. Warte, was? Ja, Mann. Back to back. Das war während dem Glitch. Das war während dem Glitch, wo jeder Sauer gezogen hat. Ja, das war während dem Glitch. Und ich war der Einzige, der ihn nicht gezogen hat. Sauer. Wir sehen hier, dass Sauer sehr kommentiert ist. Aber schau dir an die Menge, die wir öffnet haben. Sauer. Es ist kommentiert. Sauer, ja, für sicher. Sauer ist sehr, sehr kommentiert. Krank. Oh, Futschis. Drogba Futschis double an ihm. Oh, Drogba, les gars! Oh, la la, incroyable! Und der RR, das ist wer? Oh, der pack von Zensel. Tschüss, gut. Gut. Oh, Ruben Diersch. Nicht schlecht. Nicht schlecht, les gars. Wen hat der noch? Hat der noch mal Drogba gezogen? Wahrscheinlich Duplikat-Drogba. Oh, Theo, Bro. Krass. Der ist super. Oh, Moussiala! Hä, wieso ist er so verbuggt? Oh, Griezmann! Griezmann, stark. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist wie ein Griezmann? 1,000,000 Wochenende! Let's go. Okay. Nee. Was passiert hier? Wie so ein Edit? Was passiert hier? Hahaha, willkommen im Club, Bro. Willkommen im Club, Bro. Willkommen im Cruyff-Club. Willkommen im Cruyff-Club. Ronaldinho! oh mein gott ich will auch unter den jahr ziehen das nicht passiert ich will auch unter den jahr ziehen wie geil ist das geschnitten so untereinander für tik tok beste der kata macht einen guten job 8000 das hat ja hunderttausend klicks das video das war's mit dem video das war das letzte pack lasst gerne ein like da wenn ihr mehr best of pack openings sehen wollt ich mache das immer lieben gerne wir machen das gerne abonniert den kanal um keine videos zu verpassen bis zum nächsten mal